Ahhhh Ja leg um, ich bräuchte mal ein paar Ressourcen halt Was brauche ich denn für Na sag's mir für Ja genau Für Munition Äh mach doch mit Äh Ja das sagt die ganze Zeit ich hab zu wenig Ressourcen So Ähm Nicht genügend Ressourcen Keine Ahnung was das dritt ist Ops ich bin abgeruscht Puh Scheiße Ich hab echt kaum noch Muni Ja Hol das Schwert raus Pasch Ja ich glaub das Schwert nehme ich jetzt auch mal So 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 alles easy hinter uns oh sie kommen von hier hast du noch genug Muni? ja ich habe ja nur nicht so viele gesehen, die meisten sind schon tot wenn ich inlauche ach so ok und das war's und das jawoll hu das ist das schönste, was ich je gesehen habe das muss einfach mit einer Airbrush-Zone absammt verhebigt werden aber sowas von möge der König des Olymp seine Schritte lenken bau 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 gewonnen also wo bin ich? 229 bin diesmal zweitbester im Gebäude bin ich auch zweitbester und den Geräte bin ich letzter ich konnte einfach heute auch nichts bauen ich weiß nicht was mir gefehlt hat ich glaube ich muss mehr abbauen kann das sein? naja aber das kriegt man nicht von allem also die normalen Steine und Holz bringt glaube ich nichts dafür ja ich glaube ich hätte mehr looten müssen Level 2 jawoll jawoll und jawoll nice Beutel Level 4 kriegen wir zurück zur Heimat Basis Erstmal irgendwas upgraden? ja upgraden sollten wir auf jeden Fall dann schau dir das an ich komme gleich wieder ja ja beeil dich ähm Ray hier bei deinem Schild gibt es einige unerwartete Wolkenphänomene ich glaube es destabilisiert den Sturm solange das Teil läuft solltest du die nähere Umgebung auskundschaften können puh da kommt mir eine Idee da kommt auch nie eine Idee das ist kein Wettbewerb Lars na gut kleiner Roboter du gehst als erster so ok wir verbessern mal hier das hier wenn der Sturmschild wirklich den Sturm stört und der Schild immer stärker wird je weiter wir uns raus wagen wir haben hier auch noch ein paar Fertigkeiten oh yes was kriegen wir da Standhaftigkeit verbesserten Angriff verbesserte Technik Resistenz wir gehen mal auf Technik wir gehen mal auf Technik was 10 ach wir haben 20 ok nice wo können wir hier nochmal Tech plus 3 Resistenz wir gehen mal auf ah ok hier 10 ok wir gehen mal auf Resistenz würde ich jetzt mal so sagen oh können wir hier noch ein bisschen was verbessern ja können wir wir haben eine Sturmschild Lagergröße ok Rücksackgröße ok wir können aber auch Achtung Einheiten Helden äh wie war das jetzt vorhin Aufrüsten und Gutachten Vorteil Boni ne wo war das jetzt vorhin Achtung da 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 das ok das passt ok wir gehen hier in Fertigkeiten was sollen wir machen Rucksackgröße plus 5 Sturm Schild Lagergröße plus 5 ich glaube wir gehen mal auf wir machen mal einen Rucksackgröße wir machen den Rucksack mal größer ok ansonsten Fertigkeiten klar die können wir aber nichts mehr verbessern Aufdrücke wir können hier natürlich Tutorial machen und wir können einmal die Hauptaufträge machen Sturmschild verteidige 2 ok Fertigkeitspunkt schließe Sturmschild ok die Frage ist kann ich mit Spoo da rein es wäre halt echt gut wenn ich mit Spoo rein könnte ich weiß es aber nicht so genau ich weiß es echt noch nicht so genau da ist die Karte ja auf der Karte haben wir noch auf jeden Fall ein bisschen a little bit a little bit was zu tun das mit den Helden muss ich auf jeden Fall noch jetzt gehts wieder ach ne das ist hier der Anfang ok ok ah und hier schaltet wir den folgenden Slot Freikampf oder ok 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 da haben wir echt tatsächlich nichts was wir machen können ok Waffenlager können wir irgendwie können wir auch nichts verbessern aber wartet mal wir können doch mal hier drauf V Handwerk können wir die jetzt nicht irgendwie ne können wir nicht ok ok das müssen wir noch rausfinden da Vergleichen wiederverwerten Aufrüstung Gutachten puh ok das müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen rausfinden wie das alles hier so funktioniert auch gerade was heißt ähm die Waffen und die Einheiten erstellen ich guck mal hier wir könnten ihn hier nehmen glaube ich genau was hat der Konditionen Schild Konditionen Schild na wir lassen sie mal das ist ganz cool ach warte mal warte mal ich kann sie doch ah ja klar Level Aufstieg Level 4 zieh durch bau jetzt ist bloß die Frage gehe zu allen Helden mach einmal V ne er braucht 300 ok was hätte er dann ok 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 ähh können wir uns bei Beute können wir uns bei Beute wir können uns auf jeden Fall bei Beute noch was holen ja ja nein du bist schon wieder weg hm was für eine Tracht Prügel ja geil da stehe ich drauf nicht wahr ok überleben dann ok nice was haben wir neu wir haben hier Flügegegner schaden zu wenn sie die Falle im Nahkampf ok aber hier können wir halt relativ nur wenig machen das heißt unser Punkt ist eigentlich so gut wie aufgebraucht äh alle Überlebenden oh wir haben hier Lars haben wir dazu bekommen hier hieß doch Lars oder ah ich glaube da hieß Lars hier können wir leider immer noch nichts machen weil wir 0 0 ja hier können wir noch nichts machen der verarscht mich doch der Hund der verämpelt mich doch aufträge ja da müssen wir echt mal gucken 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 aber ist schon mal Auftragsseite 3 von 10 ist schon mal ganz gut allerdings wenn ich mir die Karte so angucke hier ist es ähm ja noch ein bisschen was wir zu tun haben ich denke wir machen hier erstmal guten Tag die Mission zu Ende na wieder da ja sind wir verstanden so dann würde ich sagen gehen wir auf jeden Fall mal in das nächste Level rein Steinwald Auftragsseite Level 3 let's go so jup kenn ich so sag mal ein Pokémon das ich trinieren soll nicht legendär wie Sasam oh wir sind nur zu zweit so so sollen wir noch warten oder so was durchziehen das kann interessant werden ich habe kaum noch Mutti sag es dir gleich wir probieren es einfach mal sollen wir warten bis zumindest mal 1,20 oder 1,10 ich habe schon gestartet aber vielleicht kommen wir noch welche rein oder so besonders bist du bei mir noch Level 1 warum eigentlich ja das habe ich mich auch gerade gefragt ach aber noch sind wir nicht über den Berg der Sturmschild unserer Heimatbasis ist zu klein wir müssen ihn erweitern ich glaube ich weiß wie wir den Sturmschild erweitern können ist zwar etwas gefährlich aber das bekommen wir schon hin also die Komplikation die ich vorhin erwähnte äh offenbar hat der Außenpottenschild einige explosive Qualitäten ehrlich gesagt es ist im Grunde eine Bombe wir haben keine Ahnung warum es ein Schild hinterlässt anstatt eines kleinen Kraters so ist schon cool diese Verbesserung könnte uns alle töten aber ich sag dir was das wird sie nicht ja ja ist klar und liegen keine Informationen über den Feind vor der Angriff kann aus jeder Richtung erfolgen na dann Osten West das Problem ist ich habe keine Money und ich kann nichts abbauen was du kannst nichts abbauen warum kannst nichts abbauen ähm ja ja das geht nicht ok kommt nichts raus ok ok